Moin Leute, Peli wieder hier. Ich habe heute einiges an Hunger für euch im Gepäck. Und Keime. Ja, ja, ich bin krank. Warum Hunger, fragen sich ein paar von euch. Ja, ich habe mir nämlich ein neues Spiel aus dem Steam-Spiel-Fisch-Teich oder so gefischt. Und ja, ich bin da auf folgendes gestoßen. Don't starve, ja. Ich weiß gar nichts drüber. Der Name sagt, man muss essen. Ich glaube, das kann ich gut. Mann. Okay, wie gesagt, wubbeln wir nicht weiter rum, sondern gehen gleich mal auf los. Wo geht es denn hier los? Der hier? Nee, nee. 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 Fuck. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin verwirrt. Ähm. 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 Äh. 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 Mir ist gerade eingefallen. Wir sind ja noch in den Einstellungen. Geht ja gut los. Neues, äh, Stüdel-Game. Äh, äh, äh. Äh. Uh. Wow. So viel Auswahl. Ich hab keinen Plan. Äh. Pff. Los. Los. Ich will spielen. Oh, hi. Zipal, you don't look so good. You'd better find something to eat before night comes. Ja, das hätte ich mir schon gedacht, dass ich hier essen muss. Oh mein Gott, ne Taube. Ah, Hühnchen. Äh, wie geh ich? Ah, okay, WSAD. WSAD. Und an sich so. Oh, shit. Hühnchen. Kein Hühnchen für Bailey. Kann ich das Blümchen hier essen? Hallo, kann ich dich essen? Ich kann dich nicht essen, aber ich kann dich aufsammeln. Oh, Samen. Samen, wir können, wir können, äh, wie lief das in Minecraft? Wir können züchten. Gebt mir ein Schwein. Wir haben bis jetzt einen Tag überlebt, Leute. Einen Tag haben wir überlebt. Ich hab nur keinen Plan, was wir tun sollen. Gibt's da einen Questlog? Da gibt's keinen Questlog. Tools. Ich brauch Steine. Und, äh, Benzin. Benzin. Ich werde sterben. Alles so schlapp hier. Aber, aber immerhin meine Haare stehen. Meine, meine Haare stehen. Also, alles, alles gut. Äh, oder? Oder? Alles gut? Ich kann mir ein Feuer machen. Okay, wir gehen uns jetzt ein Feuer machen. Peli Foi Foi. Peli Foi Foi. Foi Foi? Foi Foi? Foi Foi. Kann ich das hier anzünden? Oh, schön. Setzt euch ans Lagerfeuer. Sinkt das Lagerfeuer. Lied, was? Ging das nicht so? Hä? 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 Ah! Nein! Ja, okay. Ich meine, ich bin heiß. Aber übertreibt man nicht. Oh Mann, wir müssen essen. Ich esse eine Karotte. Ich esse noch eine Karotte. Und noch eine Karotte. Drei Karotten, das macht einen Mann satt. Oh nein! Ah! Nein! Nein! Ah! Ah! Weg da! Nein! Ich geb mir doch eine Fackel. Ah! So hab ich mir das nicht vorgestellt. Wir haben immerhin einen Tag über... Was? Null? Okay, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir überleben zumindest einen Tag lang. You'd better fight something to eat before night comes. Johoho! So. Wir haben gelernt. Wir pflücken zuerst Blumen. Weil Blumen sind schön. Oh Mann, schnupfen. Ey. Ich glaube, ich raste doch aus. Okay. Ich werde sterben. Okay, was machen wir uns zuerst? Wir machen uns zuerst eine Axt. jetzt können wir den hier choppen. Chop, chop. Chop, 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 chop. Chop, 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 chop. Yeah! Eine Biene! Er zack! Ah! Ah! Ah, the fuck. Das sind ja mehr. Nein, lauf, lauf, weg da. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich brauche einen Tee. Ich brauche einen Tee. Ich brauche einen Tee. Seht ihr das? Schäfchen-Tassen-Tee heilt alles. Wir könnten ein Lagerfeuer machen. Wir machen jetzt ein Lagerfeuer. Schäfchen-Tassen-Tee. Gut so. Sehr gut so. Campfire! Okay, ja, jetzt, wo wir Licht haben, können wir uns doch... Einen Vogelbraten! Komm her! No! Ja! Wir haben es geschafft! Erster Tag! Es werden Barbären gepflückt. Das müssen wir feiern. Hase! Töte es! Töte es! Fuck. Einen Schmetterling. Können wir den nicht töten? Komm. Den können wir töten. Wow. Wir schaffen es nicht mal, einen Schmetterling zu töten. Sollen wir irgendwas können? Irgendwas erreichen? Wisst ihr, was ich... Boah. Ah. Oh. Hm. Frosch-Schenkel, bitte. Wow. Ja! Frosch-Schenkel! Wuhu! Fuck. Wir haben nicht genug... Wir haben... Wir haben nicht genug Sachen für ein Feuer. Fuck. Wir brauchen Gras. Schnell! Gras! Nein! Keine Fackel! Fuck! 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 Gras! Schnell! Also, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Spezial-Dinner... zur, äh... Celebration unserer ersten überlebten Nacht hier auf dieser Insel. Wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheuert und haben nur das exquisiteste Fleisch hier am Start. Heute kochen wir Ihnen nämlich frittierte Frosch-Schenkel, aber nicht nur das. Dazu servieren wir gekochte Karotten. Ich sag's... Ich sag's Ihnen. Sie haben nie etwas Besseres gegessen, okay? Und natürlich gibt's da obendrauf wieder ein bisschen Rohkost, also eine Karotte sollte man roh essen. Äh... Was wir aber auch noch machen werden, wir werden ein bisschen Gras in das Feuer tun, weil ja, ihr müsst wissen, wenn man Gras und Buche ins Feuer heizt, dann gibt das einen perfekten Geschmack. Vor allem, wenn man die Beeren darin kocht. Das ist die feinste Beerensoße, die Sie hier finden werden. Deswegen, Leute, ihr habt es verdient. Guten Appetit. Guten Appetit. Wir wünschen natürlich alles Gute für die nächsten Nächte und hoffen, dass Sie dieses Mal stärken wird. Bon Appetit. Oh mein Gott, Mist, aber schlingen sie denn so? Ist doch genug für alle da. Ich meine, jetzt haben wir nix mehr. Okay, okay. Ich nehm zurück, was ich gesagt hab. ...Tag damit verbringen. Und schön Holz zu hacken. Gib mir den Hammel. Meine Damen und Herren, wir scheinen einfach nicht sterben zu wollen. Deshalb feiern wir das nächste Festmahl. Und ja, ich muss sagen, ich hab heute hervorragenden Hammel im Angebot, ja. Gekocht. Gekocht auf Birkenholz. Und als Beilage gibt's noch Tannenzapfen. Also, Leute, wenn euch nix besseres dazu einfällt, dann habt ihr keinen Geschmack. Bevor wir verhungern, äh, bon Appetit und, äh, bis zum nächsten Abend hoffentlich. Oh Mann, wie der wieder wegschlingt. Eine Biene! Na komm her, Süße. Ah! Die ist noch nicht tot! Nein! Nicht die Bienen! Nicht die Bienen! Okay, nee, ich muss mich zur Wehr setzen, es geht nicht anders. Ah, nein! Nein, nein, tötet mich nicht! Tötet mich nicht! Ah! Ich will nicht sterben! Nase! Nicht schon wieder die Bienen! Nicht mich! Nicht mich! Okay, jetzt, jetzt reicht's! Ah! Nein! Nein! Ich glaub, ich hab den Schaden wenig unterschätzt. Was lernen wir daraus, Kinder? Bienen sind böse. Merkt euch das. Okay, Leute, ich hab zwar keinen Plan, wie das grad passieren konnte. Bevor wir jetzt aufhören, will ich aber noch ganz kurz ne kleine Ankündigung rausballern. Nämlich, ähm, plane ich am 16.12. Also in, in circa zwei Wochen. Auf meinem Twitch-Kanal, Link übrigens in der Beschreibung unten, ne kleine Talkshow zu machen. Also, ja, alle müsstet ihr mitbekommen haben, Pokémon Sonne ist raus, Pokémon Mond ist raus, jeder hat Meinung. Ich hab meine Meinung und ich will euch damit nerven. Ich mein, man muss euch ja auch etwas zurückgeben, oder? Auf jeden Fall, ich hab, äh, den netten Swisspack zu Gast. Das ist ein Pokémon-Streamer auf Twitch. Den könnt ihr euch gerne angucken. Ich packe euch seinen Link auch in die Beschreibung runter. Und ich werd mir noch zwei andere dazuholen. Äh, es sind schon ein paar geplant, die vielleicht mitmachen können oder wollen. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid. Merkt euch das. 16.12. von 19 bis 21 Uhr. Macht euch ein Kreuz. Bei jeglicher Updates folgt mir einfach auf Twitter, da baller ich alles raus. Sonst würde ich sagen, wär's das eigentlich alles gewesen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zugucken. Und ja, don't starve, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.